Moin Moin, mein Name ist Elvis und ihr seht Elvis und Freunde Teil 1. Heute ist alles egal, mir bleibt nur eine Wahl. Nur der HSV, nur der HSV. Heute ist alles egal, mir bleibt nur eine Wahl. Nur der HSV, nur der HSV. Die Idee zu Elvis und Freunde ist eigentlich relativ leicht erklärt. Es geht darum, HSV-Musikern die Möglichkeit zu geben, ihre Songs auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren und so einen kleinen Beitrag zur HSV-Fankultur und zur einzigartigen HSV-Musik-Szene zu liefern. Das ist, was wir tun. Hier, hier, nochmal, nochmal. Das ist, was wir tun. Komm, und jetzt hier. Komm, das ist, was wir tun. Jawohl. Ich denke, allen Beteiligten hat das Event eine Menge Spaß gemacht, mir persönlich auch. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, wenn es im März, im April, vielleicht im Mai, heißt Elvis und Freunde Nummer 2. Bis dahin, nur der HSV. Bitte begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus, vielen Gastgeber, den Macher, Denker und Lenker von Raubenbeats Radio. Mein Name und Herr, Patje Wiener. Guten Name, guten Name, Hamburg. Gebt das V in die Luft und schreit. Gebt das V in die Luft und schreit. Volksparker! 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 Und jetzt viel Spaß mit Freak und Klaus! Auf den Platz! Moin moin, wir sind die Volksparker. Ja, ja mein Name ist Freak, das ist Klaus. Und wir sind heute eingeladen bei dem Elvis-Specken, bei seiner Veranstaltung hier. Wie heißt der ist, Freak? Oh, Elvis mit Freunde! Ich und mein Holz! Ich und mein Holz! Ich und mein Holz! Ich und mein Holz! Und jetzt! Ich und mein Holz! Komm! Das war doch top! Na, super! Ich bin ja auch Naturtalent! Gebäude! Wir kommen ja von der Natur! Ja! Ne? Ja, da wo die Bäume wachsen! Ja, Volksparker! Ja! Frig und Klaus! Volksparker for life! Wir rocken das Haus hier! Ihr werdet sehen und wenn nicht, dann nicht! Ist so! Weiß Bescheid! HITTERS V! 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 Hallo und herzlich willkommen! Ihr ist Freak und Klaus! HITTERS V! 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 Du bist wieder frei, doch zusammen ein Verein, über Stock und auf Stein. Das ist ein Gymnasystem. Motherfuckers. Hast du Bock? Gib ihn! Danke schön! Holste für 1,50! Bis gleich an der Bahn! Danke schön! Tschüss! Kommt ihr mit? Ihr seid begeistert! Danke schön! Hello! Tschüss! Das ist so schön, das ist so schön, das ist so schön.